Uttita Chaturanga Dandasana ist die aufgerichtete vierfüßige Stockhaltung, eine Variation des Liegestützes, auch einfach nur Stütz genannt. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Phasensitz und von hier kannst du zum Vierfüßlerstand kommen und vom Vierfüßlerstand hebe dann die Knie hoch und komme auf die Zehenspitzen. Und indem du dann eine gerade Linie von Fersen bis Hinterkopf machst, bist du in Dandasana. Dandasana heißt ja Stock. Diese Stellung aktiviert die Oberschenkelmuskeln, Gesäßmuskeln, Bauchmuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Nackenmuskeln und Armmuskeln. Also so einfach sie aussieht, viele Muskeln sind daran beteiligt. Uttita heißt aufgerichtet. Schon wenn du die Arme ausstreckst, ist es Uttita und noch aufgerichteter ist es, wenn du die Fingerspitzen auf den Boden gibst oder eben nur die Finger und nicht die Handflächen. Uttita Chaturanga Dandasana ist bei Yoga Vidya die Stellung Nummer 5 im Sonnengruß, Surya Namaskar und ist auch die Ausgangsposition für verschiedene andere Übungen. Uttita Chaturanga Dandasana kann auch der Ausgang, die Ausgangsposition sein für normales Chaturanga Dandasana, was der Liegestütz ist, wo du dann den Brustkorb senkst und die Ellbogen beugst. Diese Stellung stärkt natürlich sehr stark Trizeps und Pektoralis und das ist das Thema eines anderen Videos. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Danke. Vielen Dank.